Musik Für mich ist das Malen und Musik sehr ähnlich. Also ich inspiriere mich halbzeitlich aus der Musik. Ich sehe manchmal auch bei gewissen Tönen gewisse Farben. Das Organische trifft auf das Technische, also sprich in der Musik, das Analoge auf das Syntese. Ich hoffe, es gefällt euch. Stellt ihr noch die Frage? Es fällt einem 60s ein, also 60er Jahre. Beatles und auf Ort. Also dieses Bild erinnert mich spontan an das Logo der Leuphana Universität. Wenn ich dieses Bild betreffe, dann muss ich sagen, es ist sehr stimmig und passend für diesen Raum. Und es ist ästhetisch, wunderschön, genial. Und hübsch. Und irgendwie ganz schön interessant. Die Mauer so weiter hoch wächst und dadurch noch Organisch. Der Künstler nickt mir zu. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Untertitelung des ZDF, 2020